Musik Abseilung im Laufschritt, Marsch, Marsch! Hopp, 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 hopp! Ich hab das schon schneller gesehen! Hopp, 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 hopp! Vollers, vollers, vollers! Geht das noch schneller da hinten? Hopp, 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 hopp! Also folgende Lage, Feind wird angreifen mit Artillerie und einigen Musketen von der anderen Seite. Es gibt eine zweite Gruppe, Pappenheim, die uns unterstützen wird, die uns vorne am ersten Tor versucht zu unterstützen. Wir werden von hier aus Feuer eröffnen. Langsame Salben auf Kommando. Es wird nur auf Kommando geschossen. Wir werden danach zwei Schützen hier lassen, die noch das Feuer unterhalten. Durchlotz, troppeln! Felddebel, Marschmusik ist hörbar! Ruppeln von links! Ruppeln von links! Ruppeln von links! Feuer! Alarm! 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 Feuer von links nach rechts, ich gebe persönliches Kommando, Bonny, Schuss, Juncker, Conrad, Juncker, Feuer, 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 Feuer! Schaden! Bein zieht sich zurück! Feuer! Schaden! Feuer! Schaden! Schaden! Angriff! Gewehr! Rechts! Schaden! 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 Was hat die Fälle noch? Er sei gefangen und der Falkenberg sei gerichtet. Mögen wir wieder zusammen am heutigen Abend genüsslich den Frieden feiern. Die Stadt Magdeburg mag für diesen Tag heute verschont bleiben. Dank des Tapferen Falkenberg. Auf, ja, auf! Auf, Magdeburg und Falkenberg, ein dreifaches Hurra! Hurra, Hurra, Hurra! Zur Ehre des Feldes hat ein dreifaches Jesus, Maria, Jesus, Maria, Jesus, Maria, Jesus, die Falkenberg ist heute! Hurra! Und dann, die kurze Vorführung ist verendet. Wir freuen uns, dass zahlreiches Publikum aus Magdeburg hier war. Wir hoffen, ihr habt eine kleine Freude gehabt. Und ihr seht, alle sind wieder wohl auf und runter, nicht mehr vor 300 Jahren. Gott zum Gruße nach Magdeburg! Falkenberg! Das ist wieder was Neues gewesen. Das machen wir in Magdeburg liefst. Das ist wieder was Neues, ja.